Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich an diesem Sonntagmittag. Nach ersten Angaben hatte ein Lkw-Fahrer von einem Hof nach links auf die Landstraße zwischen Basel und Edebecht abbiegen wollen und übersah dabei bedingt durch ein hochstehendes und noch nicht gemähtes Maisfeld einen aus einer Rechtskurve kommenden Motorradfahrer. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, rutschte aber seitlich unter den Laster und zog sich schwere Verletzungen zu. Neben dem Rettungsdienst wurde auch die Feuerwehr hinzugerufen, da erhebliche Mengen Öl und Treibstoff ausliefen.